Okay, also wir sind hier auf der linken Herzseite, weil hier die Fazios Auricularis mit den zwei Herzohren sind. Dann haben wir hier linken Ventrikel und linken Vorhoof. Und hier haben wir den rechten Ventrikel und den rechten Vorhoof. Ich drehe es einmal um. Dann haben wir hier die eröffneten Gefäße, die Vena Cava cranialis und die Vena Cava caudalis. Wir haben hier also, hier ist das Tuberculum intravenosum. Hier wäre die Fossa ovalis, zeigt hier hinten das andere Atrium, der linke. Dann haben wir hier den Sinus coronarius, wo die Herztransgefäße in den rechten Vorhoof ziehen. Hier ist der Sulcus terminalis und ja, da müsste irgendwo noch die Christa terminalis sein. Hier drin, wenn man in die Herzohren guckt, sieht man die Musculi pectinati oder papillaris. In den Herzohren, die verwachsen. Ja, dann hätten wir hier den rechten Vorhoof abgeschlossen. Dann geht das Blut in den Ventrikel durch die linke Atrioventriklonarklappe. Das ist die, das ist die, die rechte, das ist die Cricuspidal-Klappe. Ne, die Trikuspidal-Klappe. Ja, die Cricuspidal-Klappe. Ja, die Cricuspidal-Klappe. Cricuspidal-Klappe. Und wird von hier unten dann hier hochgepumpt in den Truncus pulmonalis. Das ist dieser hier, mit dem Ligamentum Arteriosum. So, dann sind wir auf der linken Seite. Das Blut kommt von der Lunge zurück. Das sind ganz viele kleine Venen. Fünf bis sieben in den linken Vorhoof. Geht durch die Bicuspidal-Klappe in den linken Ventrikel. Wird nach oben gepumpt und geht hier in die Aorta. Ja, wo der hier dann der Truncus brachiocephalicus abgeht. Hast du Rans geflässt? Äh, ich kann.